Schmalenangeln nur hat, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das weiß ich jetzt echt gerade nicht. Wir schauen mal eben auf die anderen Bilder noch. Lange dauert es nicht mehr. Ja, ich würde sagen, ein oder zwei. Ganz zu oder ein frei. Ganz zu oder ein frei. Ganz zu oder ein frei. Wir machen erstmal ein frei. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, wenn es ganz zu ist. Das könnte ein bisschen erdrückend sein. So, da ist noch Stein. Gut. Ja, das sieht gut aus. Damit bin ich zufrieden. Jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Egal. So. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt brauche ich noch Türen. Das Ding brauche ich noch. Ich brauche auch Zäune, Leitern und Cobblestone. Cobblestone kann ich ja schon mal platzieren. Aus was ist die Tür gemacht? Mein Gott, du kommst ja gar nicht mehr aus dem Reden raus. Ja, ich bin gerade voll am Flur. Am fasseln. Fasseln. Fasseln und quasseln, würde ich sagen. Und ich dachte, du ignorierst es. Fasseln. Nee, nee, ich ignorier sowas nicht. Mein Gott. So, das hier muss ich wieder abbauen. Weil hier kommt normaler Stein hin. Also, gebrannter. Ich bin kurz vorm Fertigstellen, ne? Cool. Okay. Ja, das ging echt schnell jetzt. Och, lass mich doch mal vorbeischauen. Jetzt nicht. Wie alt bist du? Ach, ich bin vielleicht, äh, bei der Hälfte. Na, bei einem, bei einem Drittel. Okay. Ich schaue mal eben auf die Uhr. Nicht, dass wir hier voll überziehen. In meinen Gefahrsel. Boah. Haben noch ein bisschen, oder? Ja, ja. Äh, Bilder. So. Bisschen haben wir noch. Das war dein Handy wieder, ne? Nein. Nein. Weil ich hab mich gerade ein bisschen gewundert. Weil meine Musik gerade auswacht. Und dann auf einmal so ein, so ein. Weiß zu scheiß. Ja. Und ich hab eigentlich ein anderes Lied erwartet. Und dann dachte ich mir so, hm, haben die die Playlist erneuert? Also, ich lade immer wieder was hoch. Aber ich tue uns nicht in die neue Playlist ein. Der Scheiß. Komm, gleich wieder. Alles klar. Gut. Ich hoffe, wir haben... Ah, ich hab hier noch, äh, Stein gebrannt, ne? Hoffe ich. So, mal eben noch das Essen. So. Ähm, hier hab ich zwar keinen Stein mehr. Doch, da hab ich noch ein bisschen Stein. So, jetzt nur einen Stein holen. Und gleichzeitig noch relativ viel Holz. Und auf jeden Fall ne Schippe. Ne Schaufel. So, ähm, neun Stein holen. Genau. Bin ich auch mal gespannt, wie, äh, wie es so als Endprodukt aussehen wird. Ja, ja. So, Stein, Stein, Stein. No, wir haben denen alle keine Kohle mehr. Kohle. Stein. 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 Kein Stein. Kein Stein. Nix. Okay. Yo. Genau, jetzt brauche ich noch ziemlich viel Holz. Ich brauche noch so relativ viel, Alter. Kannst du mir vielleicht gleich eben sagen, wie man so einen Haken macht? Ja. Ich meine mit Holz und einen Faden oder so. Ich weiß nicht mehr so ganz. So. So. So, das sieht gut aus, alles klar, ich brauchte jetzt Türen, genau, das Fenster müssen wir uns echt noch überlegen. Wie werde ich das da hinbauen? Irgendwas zu essen holen, da, genau, ich brauchte Türen, haben wir noch irgendwo Türen? Hier nicht, da, nicht, okay, da muss man, naja, da muss man, naja, da muss man, naja, da muss man, doch, da, Holztüren einfach, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, genau, 2 zu wenig, ähm, dann, naja, das, das hell ist alles, ja, äh, dann nehmen wir doch lieber das da, so, so, ähm, dann kriegen wir direkt 3 Türen raus, 7, 2, 4, 6 brauchte ich noch, alles klar, gut, stein das da war ich nicht mehr weil wieso habe ich eine spitzhacker weggeworfen das da war ich nicht mehr die bräuchten nach das hier war ich noch das da kann weg das brauchte ich jetzt noch genau zäune seine hatten wir glaube ich noch irgendwo ja zu wenig ich hab 20 noch bei mir zufällig ich muss mal schauen ob das ganze maler so eine sind der besondere meine kamera schon wieder geschlossen das sieht aus wie ganz normale zäune ich habe jetzt nur fichten als zaun oder halt birke weil es schützt scheiße es ging so oder ja ich bin mir So, ist okay. So. Holz eben wegtun. So. Nee, das da. Da. Erde. Dort. Ähm. Das da. 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 Ähm. Das weg. Das weg. Das hier kann auch weg. Gut. 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 Ich könnte hier mal eben diese Dinger hier abfarmen. Da ein bisschen Platz schaffen. Das abfarmen. Abfarmen. Das ist mir der Andesid flöten gegangen und ich muss fahren dann hier hin. So. Zack. 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 Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ähm. 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 Genau. Das kommt da rein. Und das kommt einfach mit da rein. Gut. Ah. Warte. Ich hab hier noch. Waffen. Hm. Nein. Ich glaub einen Bruchstein kann man eigentlich nicht als Waffe benutzen. Weg damit. So. Ähm. Ähm. Ich brauch jetzt noch Leitern. Brauch ich auch noch. Ich send dir gleich ein Bild mit dem Haken, ne? Ja. 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 Ich dachte grad Haken. Hä? Was soll denn von mir? Dann hab ich es doch noch gerafft. So. Gut. Ja. 16 sollten reichen. Ähm. Dann wieder Holz. Weg damit. Was brauchte ich noch? Ich brauchte genau halbe Stufen brauchte ich noch. Ähm. Eichendinger. Halbe Stufen. Ähm. Davon brauchte ich nicht viele. Zwölf. Machen wir mal zwölf draus. Dann noch ein paar Druckplatzen. Platzen? Ja. Ja. Platzen. Ähm. Dann brauchte ich noch das Ding brauchte ich. Ähm. Stufen brauchte ich noch. Stufen. Noch mit Druckplatten. Und noch mit Zäune. Zäune haben wir genug. Druckplatten brauchen wir auf jeden Fall noch. Ähm. Zäune haben wir. Haben wir noch. Bänke. Ja. Haben wir auch noch. Das ist gut. Dann kann ich jetzt erstmal. Oh ja. Hier ist ein Zombie. Kann ich jetzt erstmal gehen. Wohin denn? In meine Feuerwehr. Kann erst mal gehen. anfangen hier die ganzen Türen. Eins zu. Sortieren. Zack. So. 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 Ja. Genau. Aha. Ja. 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 Wieso ist hier ein Creeper dran? Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. So. Mikrofon. Muten. Oh jee. Der hat mich ganz schön weggefetzt. Mikrofon. Activated. So. Um. Hmm. kommt noch eine türe hin kommt hier noch ein türen so genau dann kommt hier die leiter hin wo ist er? da ist er gut ok dann kommen da die zäune jetzt hin warte ich muss dann eben schauen wie der das gemacht hat kamera hat der da zweifach zäune? ne der hat da nur einfach zäune bei den letzten dingen da noch ok ok gut 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 zu wissen dann hole ich mir mal an der sieht hab ich genug spitzhacken? naja einer reicht nicht zack zack nein zack zack wup 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 zack zack so gut so hat er das gemacht ja ähm zack 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 zack